Willkommen in die Reparaturzeit. Heute werden wir uns die besten Schweißgeräte für Heimwerkern ansehen. Das Stamos 200 PI.2 ist ein leistungsstarkes Elektroden-Schweißgerät, das mit einem modernen IGBT-Inverter ausgestattet ist. Es bietet eine präzise einstellbare Schweißleistung von 20 bis 200 Ampere, die sich ideal für eine Vielzahl von Materialien wie Stahl, Eisen, Nickel oder Kupfer eignet. Besonders praktisch für Heimwerker ist die Hot-Start-Funktion, die den Schweißstrom beim Start automatisch erhöht, um einen Anhaften der Elektrode zu verhindern. Dies gewährleistet saubere Schweißnähte von Anfang an. Durch das kompakte Design und den Tragegurt ist das Gerät zudem sehr mobil und kann auch im Außenbereich problemlos eingesetzt werden. Trotz seiner vielen Vorteile hat das Schweißgerät einige Nachteile. Die relativ kurze Länge der Kabel könnte den Arbeitsradius einschränken und das Fehlen eines Griffes anstelle des Tragegurts könnte den Transport für manche Benutzer weniger bequem machen. Außerdem ist das Gerät aufgrund der hohen Leistung etwas anspruchsvoller im Energieverbrauch, was je nach Einsatzumgebung zu beachten ist. Insgesamt ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl für Heimwerker, die ein zuverlässiges und vielseitiges Schweißgerät benötigen. Es bietet eine solide Leistung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und ist dank seiner Mobilität besonders flexibel einsetzbar. Den aktuellen Preis und weitere Details finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Das Güde 131 ist ein kompaktes und vielseitiges Fülldraht-Schweißgerät, das speziell für leichte bis mittlere Schweißarbeiten entwickelt wurde. Es ist besonders für Heimwerker geeignet, die gelegentlich Schweißarbeiten im Haus oder in der Werkstatt durchführen möchten. Dank der Synergic-Steuerung passt sich der Drahtvorschub automatisch den optimalen Schweißparametern an, was die Bedienung besonders einfach macht. Der integrierte IGBT-Inverter sorgt zudem für schnelle Schaltprozesse und eine präzise Regulierung des Schweißstroms, wodurch sich dieses Gerät ideal für das Schweißen von dünnen Blechen eignet. Ein Nachteil dieses Geräts ist die relativ geringe Einschaltdauer von nur 10% bei maximaler Stromstärke, was bedeutet, dass das Gerät bei längeren Schweißvorgängen häufiger Pausen einlegen muss, um eine Überhitzung zu vermeiden. Zudem fehlt es an Zubehör wie einem Fußpedal, das die Bedienung bei intensiveren Schweißarbeiten erleichtern könnte. Insgesamt ist dieses Modell jedoch eine ausgezeichnete Wahl für Heimwerker, die ein preiswertes, leicht zu bedienendes Schweißgerät für kleinere Projekte suchen. Der Preis und weitere Details können über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Das Scheppach WSE 3500 ist ein kompaktes und leichtes Fülldraht-Schweißgerät, das besonders für kleinere Metallarbeiten, Reparaturen und einfache Schweißarbeiten am Auto geeignet ist. Es arbeitet ohne Schutzgas, was es flexibel für den Einsatz im Freien macht, auch bei windigen Bedingungen. Mit einem regelbaren Schweißstrom von 30 bis 90 Ampere und einer Drahtstärke von 0,6 bis 0,9 Millimetern ist es ideal für das Schweißen von dünneren Blechen und leichten bis mittleren Materialien. Das Gerät ist einfach zu bedienen und bietet eine kontinuierliche einstellbare Stromstärke für präzise Schweißergebnisse. Ein Nachteil dieses Geräts ist eine begrenzte Leistung, die es weniger geeignet für schwerere Schweißaufgaben macht. Die maximale Stromstärke von 90 Ampere und das Fehlen einer Möglichkeit, Schutzgas zu verwenden, schränken seine Einsatzmöglichkeiten etwas ein. Zudem ist die Einschaltdauer bei maximaler Leistung begrenzt, was bei längeren Schweißvorgängen berücksichtigt werden muss. Insgesamt ist dieses Modell eine gute Wahl für Heimwerker, die ein kostengünstiges und mobiles Schweißgerät für einfache Aufgaben benötigen. Es bietet ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis und ist besonders praktisch für gelegentliche Schweißarbeiten in der Werkstatt oder im Freien. Weitere Details und den aktuellen Preis finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Der GYS-MI 160P ist ein kompakter und leicht zu transportierender Schweißinverter, der ideal für Heimwerker und Profis geeignet ist. Mit einem Schweißstrombereich von 10 bis 160 Ampere kann er unterschiedlichste Elektrodenarten wie Routine, Basische und Edelstahl-Stabelektroden verarbeiten, was ihn besonders vielseitig macht. Dank der Inverter-Technologie bietet das Gerät eine stabile und gleichmäßige Schweißleistung, während Funktionen wie Hotstart, Agforce und Anti-Sticking den Schweißprozess erleichtern und die Zündungsqualität verbessern. Ein Nachteil dieses Geräts ist sein begrenzter Leistungsbereich, der für sehr dicke Materialien nicht ausreicht. Außerdem ist das Gerät trotz seiner kompakten Bauweise möglicherweise für Anfänger etwas kompliziert zu bedienen, da es eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, um die optimalen Einstellungen zu finden. Insgesamt ist dieses Modell ein solides und zuverlässiges Schweißgerät für Heimwerker und Profis, die eine kompakte, tragbare Lösung für verschiedenste Schweißarbeiten suchen. Es ist leicht und einfach zu transportieren, was es ideal für den Einsatz vor Ort macht. Den Preis des Geräts können Sie über den in der Videobeschreibung angegebenen Link auf Amazon einsehen. Der Telwin Force 145 ist ein kompakter und leicht zu transportierender Inverter-Schweißapparat, der sich besonders gut für Heimwerke eignet. Mit einer maximalen Leistung von 130 Ampere verfügt dieses Gerät über ausreichend Leistung, um gängige Schweißarbeiten im DIY-Stil effektiv durchzuführen. Das Gerät ist mit einem Kunststoffkoffer ausgestattet, der den Transport erleichtert und das Zubehör sicher verstaut. Dank seiner Vielseitigkeit kann der Schweißapparat mit einer Vielzahl von Elektroden arbeiten, einschließlich rutile, basische, edelstahl- und gusseisene Elektroden, was ihn für verschiedene Materialien einsetzbar macht. Ein Nachteil dieses Geräts ist der begrenzte Arbeitszyklus bei maximaler Leistung, was bedeutet, dass das Gerät bei intensiverem Einsatz häufiger abkühlen muss. Dies könnte für umfangreichere Projekte einschränkend sein. Insgesamt ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl für Heimwerker, die ein einfach zu bedienendes, tragbares Schweißgerät benötigen, das zuverlässig in verschiedenen Anwendungen arbeitet. Das Gerät bietet eine solide Leistung, ist sicher im Betrieb und kann bequem transportiert werden. Den Preis des Geräts können Sie über den in der Videobeschreibung angegebenen Link auf Amazon einsehen. Der ESAB ES180i ist ein vielseitiger und leistungsstarker Schweißinverter, der sowohl für das MMA- als auch für das TIG-Schweißen geeignet ist. Dieses Modell bietet eine maximale Ausgangsleistung von 180 Ampere, was es zu einer hervorragenden Wahl für anspruchsvolle Heimwerkerprojekte und sogar für leichte professionelle Anwendungen macht. Dank der Dual-Voltage-Funktion kann der Schweißer sowohl mit 120 Volt als auch mit 230 Volt betrieben werden, was ihn sehr flexibel für den Einsatz an verschiedenen Orten macht. Die robuste Bauweise und die stabilen Leistungseigenschaften dieses Modells sorgen für gleichmäßige und präzise Schweißnähte, selbst unter schwierigen Bedingungen. Ein potenzieller Nachteil dieses Geräts könnte für Anfänger die Vielzahl an Funktionen sein, die eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert, um sie vollständig zu beherrschen. Außerdem könnte das Gewicht von 6,8 kg die Mobilität etwas einschränken, wenn häufige Transporte erforderlich sind. Insgesamt ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl für ambitionierte Heimwerker, die ein zuverlässiges und leistungsfähiges Schweißgerät suchen, das sowohl für gelegentliche als auch für intensivere Schweißarbeiten geeignet ist. Den aktuellen Preis und weitere Details können Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Der Tailwind Maxima 160 ist ein vielseitiger Inverter-Schweißapparat, der speziell für das MEG, MAG, Flux und Lötschweißen entwickelt wurde. Dank der Synergic-Technologie, die es ermöglicht, die Schweißparameter automatisch anzupassen, ist dieses Modell sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer geeignet. Das Gerät unterstützt verschiedene Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium, was es für eine breite Palette von Anwendungen einsatzbar macht. Zudem ist dieses Gerät kompakt und leicht, was ihn ideal für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle macht. Die einfache Handhabung und die zuverlässige Leistung machen es zu einer hervorragenden Wahl für Heimwerker und professionelle Anwender. Ein möglicher Nachteil dieses Geräts ist eine relativ begrenzte Leistung im Vergleich zu schwereren Industriemaschinen, was bei sehr dicken Materialien zu Einschränkungen führen kann. Außerdem erfordert der Wechsel zwischen Gas und Gaslosschweißen eine gewisse Anpassung, was für unerfahrene Benutzer eine Herausforderung darstellen kann. Insgesamt ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl für Heimwerker, die ein kompaktes, tragbares und vielseitiges Schweißgerät suchen. Er bietet hohe Flexibilität und ist für eine Vielzahl von Schweißaufgaben geeignet. Weitere Informationen und den aktuellen Preis finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern.